Liebe Ladbergerinnen und Ladberger, es ist wieder Ende Juni und Ende Juni bedeutet Ladberger Sommersummen. Wir haben ein buntes Programm für euch vorbereitet. Es startet mit der Neubürger Fahrradtour, einem Seniorennachmittag sowie einem Kindertheater am Donnerstag, einem Integrationsfest und am Freitag einen Sporttag mit Bogenschießen. Und am Wochenende seid ihr alle eingeladen am Samstag zum Weinfest mit Livemusik sowie am Sonntag zum Familienfest. Und für weitere Informationen informiert euch gerne unter dem Link. Bis zum nächsten Mal.